Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Dieser Bastard hat die Massenvernichtungswaffen über Fregator Industries vertrieben. Ich besuche ihr europäisches Hauptquartier. Französische Sondereinheiten haben Volk gefunden. Die GIGN hat ihn weit hinter den feindlichen Linien aufgespürt, wird aber festgenagelt. Und wir sollen sie entnageln? Kümmern Sie sich um das Ziel, aber wir brauchen Volk lebend. Die Dekontaminierungseinheiten und Sanitäter. 595, hier Overlord, negativ. Alle US-Druppe Paris werden gebraucht. Überprüfen Sie die Zivilisten und bewegen Sie Ihr Team aus der Wolke. Hier ist noch alles vom Chemieangriff verseucht. Die Masken auflassen. Truck, wir sind jetzt in Bewegung. Roger, binnen einer Stunde an der Landezone. Viel Glück. Metal 01, die GIGN ist im Palme d'Or Restaurant festgenagelt. Rücken Sie dorthin vor. Nur so können wir Makarov überhaupt finden. Roger wird gemacht. Klingt, als wäre 595 übel getroffen. In der Einheit sind viele Grünschnabel. Heute ist niemand ein Grünschnabel. Aufmerksamkeit. 01, passen Sie auf. Die GIGN erleidet schwere Verluste. Die halten nicht mehr lange durch. Beeilung, sonst schaffen Sie es nicht mehr zum Treffpunkt. Stellen Sie mich durch. Hier ist Seiburg. Wie lange genug? Drei Minuten. Halten Sie Ihren Perimeter. Wir sind fast da. Fürstausend Beugung, bitte. Los jetzt. Tier entlang. Bewegung. Kontakt, Gebäude, andere Straßenseite. Punkt, los. Etappe, los da. Frost, zu mir. In den Buchladen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Was ist das? Auf Wiedersehen! Wir werden Luftunterstützung brauchen. Warhammer, hier Metal-01. Vordere Feuermission an! Verstanden, Metal-01. Auf 12.000 Fuß im Orbit positioniert. Vollradung. Markieren Sie die Ziele. Bestätiger Markierung. Greife an. Die Gasse runter. Los jetzt! Position bezogen und bereit. Bitte um Ziele. Unterwegs. Los, wir sind in die Tränen hochschauen. In die Erdbeeren in die Leckasse. Das ist meine Rauchkarte. Die Inseite der Brecher. Gute Arbeit. Fogen Position erreicht. Überreicht Beziele. Angriff. Schmerzen auf. Schmerzen auf. Schmerzen auf. Ab. Schmerzen auf. Drs. St proprio-Schmerzen. Wir sind fertig. Der Reingang ist da vorne. Metal-01, mein Treibstoff geht aus. Brauche 10 Minuten zum Nachtanken und Nachladen. Over. Verstanden. Danke für die Hilfe, Warhammer. Ihr drüben, der Reingang zu den Katakomben. Frost, die Leiter runter. Überprüfe auf Gifte. Moment. Keine Kontaminierung in diesem Bereich. Masken absetzen und Augen offen halten. Wir müssen unsere Signatur reduzieren. Nur eine Lichtquette. Verstanden. Ihr Dach, dranbleiben. Metal-01, Blue Force Tracker hat Ihre Position eingeloggt. Wir sind in den Katakomben. Rücken zur möglichen Zielposition vor. Verstanden, 01. Wir schicken eine Ranger-Einsatztruppe an Ihre Position. Markieren Sie Ihren Weg mit Leuchtsignalen, damit Sie sie finden. Anweisung verstanden. 01, Ende. Ich denke nach Scheiße hier unten. Ja, dann ist wenigstens noch niemand verstorben. Alles gesichert. Vorwärts. Wo ist der Rest der GFM? Die Kaserne bei Satterich wurde letzte Nacht von einem Chemieschlag getroffen. Die meisten starben in Minuten. Ein Freund von mir war in Satterich. Je suis désolé. Deshalb muss dieser Volk auch für seine Daten bezahlen. Oh, das wird, Herr Boss. Dann vermehrt ich Sorgen. Wir sind nü. Wachsam bleiben. Hier in Longo. Der Weg ist zu verrunden Position der Zielperson. 100 Meter. Wie viele Leichen liegen hier wohl begraben? Keine Ahnung. Aber wir werden uns nicht dazu gesetzt. Gehen wir! Splendgranate! Da will einer fliehen! Das ist Volk! Overlord! Wir haben die Zielperson identifiziert. Verfolgen ihn! Verstand so leid. Denken Sie daran, dass wir Volk liebens brauchen. Er hat die heilsbebrauchbaren Informationen über Mataros. Er darf nicht entkommen! Er will die Leiter hoch! Der Weg ist zu verraten. Der Weg ist auf. Faier Dach, Verschleuzen! Er hat die Leiter hoch! Er hat die Leiter hoch! Der Weg ist zu verraten. Er hat die Leiter hoch! Er hat das. Er hat die Leiter hoch! Er hat die Leiter hoch! Volk, steigt in den grauen Wagen! Rein in den blauen Bulli! Bewegung! Man muss nicht in Bedeckung! Die Zielpersonen kommt! Weiter feuern! Feuer! 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 Geht los! Die Panzer kommt aus der Gasse! Geht los! Geht los! Geht los! Geht los! Geht los! Der Helikopter kreis noch wieder an! Die Helikopter verdient! Frost, auf die Welt haben jetzt! Wir kommen hinein! Vertraue! Wir lesen direkt voraus! Frost, schieb schon aus den Grappüch! Fluchtfahrzeug erledigt! Raus hier! Komm schon, Arschloch! Hier, Metal 01. Treffort! Volk ist gesichert! Hä? Kleiner Hohenzohn? Bringen Sie ihn zur Befragung rein! Wir holen alles aus ihm raus, was er über Makarov weiß! Truck, wir haben Volk! Sind unterwegs! Verstanden! Raptor 2 wirft den Motor an!